sie steht ja schon da er braucht Spaß und sie kann dann ja gleich mit zugucken das ist sie wird verlieren ja oh Gott wie nubig ist sie bitte diese Reihenfolge hatten wir aber schon da kam lila links zuerst gut dass ich das spiel scheinbar wiederholt wird jetzt mal zeit dass du was anderes machst und damit meine ich jetzt was essen danach wirst du duschen danach machst du hause aufgaben immer dass wir eine Reihenfolge haben jetzt will ich normalerweise Schluss machen aber jetzt haben wir schon wieder eine Folge angebrochen ach ich bin bis 18 Uhr dann habe ich was zu tun ähm wir beobachten sie mal heute ein bisschen weil sie hat einen anstrengenden Tag hinter sich sie hat eine B**** wurde gerade B**** gesagt räumst du das auf oder stellst du es nur weg na wunderbar kannst du wenn du Hausaufgaben fertig bist doch wieder aufräumen echt sehr 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 ganz sehr 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 Das war's für heute. Nein, nein, guck mal weiter. Nun gehst du dann auf die Toilette, wenn er fertig ist? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, du gehst jetzt nicht auf die Toilette! Ich bin zur Hälfte fertig. Mein Gott, braucht die lange. Okay, was kann er jetzt machen? Oh! Sie hat das Klo zerschissen und sie hat Hunger. Ja, Klo zerschissen war, das war jetzt aber auch anstrengend. Musste erst mal was essen. Ich kann mir vorstellen, wie du dich gerade anfühlst. Sie darf da noch die Fütze wegmachen. Ah, nur noch ein Stück, dann musst du noch wieder kochen. Ihr Mädel, du musst eh noch warten, bis der fertig ist. Oh, viel von ihm nur. Oh, viel von ihm nur. Oh, oh, oh! Herr Mädel, du kannst nicht auf die Toilette. Ah! 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 Nee, das macht er dann froh. Kann ich mir vorstellen, die verrückte dumme Blondine, der komisch geratene Busfahrer und die Magerzüchtige. Sieht ein bisschen magersüchtig aus. Ich bin so ein Noob, weißt du das? Ich bin so ein Noob. So, jetzt sind ihr alle glücklich.